Peter Maffay, Hendrikje und ich sind längst ein glückliches Ehepaar. Peter Maffay hat wieder geheiratet. Die fünfte Hochzeit des Sängers liegt aber offenbar schon etwas länger zurück, wie er nun in einem Interview verriet. Peter Maffay, 74, hat seine Partnerin Hendrikje Balzmaier, 36, geheiratet. Das hat der Sänger nun der Bild-Zeitung bestätigt. Er erklärte, ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar. Punkt Dem Bericht zufolge hat Maffay bereits im vergangenen Jahr noch einmal Ja gesagt. Am 1. April 2022 sollen die beiden heimlich geheiratet haben, heißt es bei Bild weiter. Nur der engste Freundes- und Familienkreis soll eingeweiht gewesen sein, berichtet das Blatt. Peter Maffay lernte Hendrikje 2015 kennen. Die Lehrerin Hendrikje Balzmaier und Peter Maffay sollen sich das erste Mal 2015 bei einem Konzert des Musikers in Magdeburg getroffen haben. Der Sänger holte sie damals als Fan auf die Bühne. Nach weiteren Treffen sollen sie sich ineinander verliebt haben und ein Paar geworden sein. Seit November 2018 sind sie Eltern einer Tochter namens Anouk. Peter Maffay ist zum fünften Mal verheiratet. Peter Maffay war zuvor bereits viermal verheiratet. 1975 hatte er seine erste Frau geheiratet. Das Paar soll sich 1979 getrennt haben. Mit seiner zweiten Frau adoptierte er in den 80er Jahren eine Tochter, die Ehe hielt bis 1986. 1990 heiratete er erneut. Die Verbindung bestand etwa zehn Jahre. Ehefrau Nummer 4 schenkte ihm 2003 einen Sohn. Im März hatte sich Peter Maffay auch gemeinsam mit Sonniahres bei der Premiere der TV-Show Happy Birthday Tabaluga im Zoopalast Berlin gezeigt. Arm in Arm und in abgestimmten Outfits posierte das Vater-Sohn gespannt für die Kameras. Lange Karriere. Peter Maffay steht seit über 50 Jahren auf der Bühne, kann zahlreichen Nummer 1 Alben und über 50 Millionen verkaufte Tonträger verbuchen. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern in den deutschen Charts. Sein Durchbruch gelang ihm mit dem Song Du, der zum größten deutschsprachigen Hit des Jahres 1970 wurde. Auch und es war Sommer, 1976, oder So bist du, 1979, zählen zu seinen größten Hits. Ab den 1980er Jahren vollzog der Musiker einen Imagewandel vom Balladensänger zum Rockmusiker und feierte mit den Alben Steppenwolf oder Revanche-Erfolge. Auf letzterem ist über sieben Brücken musst du gehen zu hören, das Album verkaufte sich über zwei Millionen Mal. Peter Maffay verkündet finale Open Air Tour 2024. Nach 53 Jahren setzt Peter Maffay andere Prioritäten. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Köln verkündet Rockrise Peter Maffay das Ende seiner großen Live-Tourneen. 2024 rockt er mit illustren Gästen nochmals Deutschlands größter Bühnenpunkt. Es ist schwer, sich deutsche Stadien ohne Peter Maffay-Konzerte vorzustellen. Aber Fans des Rockers der Nation müssen jetzt ganz stark sein. Die zehn Konzerte, die Peter Maffay, 1974, 2024 in Deutschland gibt, werden die letzten dieser Größe und Frequenz in seiner Karriere sein und sind mit dem Titel Verwähltour überschrieben. Am Donnerstag verkündete Maffay in Köln, der Zeitpunkt für eine Zäsur ist gekommen. . Familie hat Priorität. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Maffay seine große Liebe Hendrik Jebalz-Meyer, 36, heimlich geheiratet hat. Mit ihr zusammen hat er Tochter Anouk, die 2018 zur Welt kam und für die er mehr Zeit haben will. Anouk wird im November fünf Jahre alt. Ich habe in der Vergangenheit einiges verpasst. Mein Zeitmanagement in den vergangenen Jahren war manchmal sehr schlecht. Darunter hat und andere die Zeit für meine Familie gelitten. Das ist genau das, was ich in Zukunft vermeiden möchte. Die Schulabschlussfeier meiner Tochter liegt zwar noch ein bisschen in der Ferne, aber ich möchte das schaffen. Auch für seinen Sohn Jahres, 19, und natürlich für seine frischgebackene Ehefrau möchte er mehr Zeit haben und tritt deshalb kürzer, was Live-Auftritte angeht. Maffay und Anastasia eröffnen vor Verkauf. Maffays Verwältour startet am 21. Juni 2024 in Rostock und endet am 20. Juli in Leipzig, einem geschichtsträchtigen Ort für Maffay. Hier spielte er im Sommer 1990 ein legendäres Live-Konzert im damaligen Zentralstadion vor 60.000 begeisterten Fans. Weitere Tourorte für 2024 sind Hannover, München, Bremen, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Frankfurt. Den Vorverkauf für die Abschiedstour eröffnete Maffay live zusammen mit Superstar Anastasia, 55, die ihn auf Tour begleiten wird und mit der er seinen Allzeit-Hit So bist du kürzlich in englischer Version einsang. Ist für immer Schluss? Heißt das Tour aus nun, dass Maffay nie mehr live zu sehen sein wird? Auf der Pressekonferenz lässt sich Maffay für künftige Live-Auftritte einer Hintertür offen. Sein Abschied von großen Live-Tourneen bedeute nicht, dass er künftig Live-Bühnen gänzlich meidet, Einzelauftritte oder Festivals sind eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann. Er freue sich nun erst einmal darauf, mehr Zeit für die Familie, seine Tabaluga-Stiftung und andere Hobbys zu haben, z. b. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu buddeln. Fans ahnen es und hoffen, so ganz zur Ruhe setzen wird sich Peter Maffay nie. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Das Hobby Landwirtschaft, ich freue mich darauf, ein bisschen zu beden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020